Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Online Season mit Graf Ware. Der bei den Schafen sich am meisten gut fühlt, geil fühlt, keine Ahnung. Und ich räume jetzt hier immer mein Inventar auf. Ich kann ja noch das mitnehmen hier so. Ich hasse ein unaufgeräumtes Inventar. Echt? Ja, zur Hölle, irgendwie. Also die Leiste da unten, die muss immer bei mir aufgeräumt sein. Ist sie jetzt aber gerade nicht. Ich hör grad nix, du? Warum soll ich jetzt was... Aua! Ich hab grad keine Minecraft Songs gehabt, als ich das Weizen angebaut habe. Keine Ahnung, wollen wir jetzt mal ein Special Guest machen? Deine Schwester ist da. Aua! 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 Ey, pass auf! Wir sind zwei Zombies. Oh mein Gott! Aua! 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 Ja, was denn? Aua! Lisa, hol mal deine Kopfhörer oder so, damit du mithörst. Ja, ich mach dich aus. Hier ist Special Guest Folge! Ich mach dich doch einfach! Nein, kannst du nicht! Ich mach dich aus! Nein, du spielst jetzt hier kein GTA 5. Nach dem Part darfst du jetzt. Ja. Hol mal Kopfhörer. Hol jetzt Kopfhörer. Ja, statt dass du es einfach aussiehst. Kopfhörer. Ja, damit mein Mikrofon das aufnimmt, was die hier hören, du Spacken oder was. Wie hört sich das denn an? Alles doppelt. Ist so cool. Ist richtig cool. Lisa, jetzt holt Kopfhörer, sonst kannst du gehen. Weiß ich doch nicht, du hast einmal 5000. Michi, bist du schon noch da? Ja, ich muss aber leider gleich ausmachen. Nein, hör auf. Doch, leider. Warum? Warum? Ja, keine Ahnung. Ich nehm grad nicht auf, nimmst du gerade auf? Ja. Okay, ich hab, wir musst ja abrechnen. Ich hab eh schon mehr Folgen auf dem Kanal, als du, Hohensohn. So, warte mal, jetzt muss ich kurz... Jetzt sag mal kurz nichts, damit man dich nicht doppelt hört, okay? Ja, ja. Also noch kannst du was sagen, ich muss jetzt die Kopfhörer rausnehmen. Nein, Lisa, wir tun nur so. Und das kommt denn jetzt in euer Video? In euer Video, das ist ein Video. Das lädt man dann auf YouTube hoch, das ist so eine Plattform für Videos. Ja, aber meine Stimme so, kommt denn das in euer Video? Wie soll ich denn deine Stimme in die Video runtersetzen, wenn wir beide nebeneinander sitzen, Spacken? Hä, ob meine Stimme denn auf YouTube ist? Ja, und? Nein! Du musst als Bildbeschreibung denn so nehmen. Bei YouTube ne Bildbeschreibung, aah! Äh, Videobeschreibung, wir sind so, äh... Ich hab immer die gleiche, du, und... Minecraft mit meiner Lieblingsschwester Lisa Werner. Nee, das werd ich nie im Leben machen. Ich darf ja nicht lügen auf YouTube. Das ist ja verboten. Oh Mann. Tüdel mal auseinander. Ich spiel so lange, ne? Michi, 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 Michi. Was cool ist, ich nehm gerade schon die ganze Zeit auf. Und ich träg dein Feld kaputt. Huch, ich hab's ja echt kaputt getreten. Toll. Weißt du, ich geb mich hier so viel Mühe, ey. Ja, sorry. So, jetzt halt's mal im Maul. Oh, was? So, Michi, du Hurensohn. Hallo. Was denn? Hallo, Michael. Hallo. Oh mein Gott. Warte, ich nehm mal auf. 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zurück zuletzt bei Minecraft und zwar mit nem Special-Gast und zwar meiner ätzend nervigen Schwester. Lieblingsschwester Editha. Nein, nein, nicht Lieblingsschwester. Alter, das für Kopfhörer, ich werd hier verrückt. Schneidest du das nicht zusammen? Was soll ich zusammenschneiden? Ich hab ja noch nicht aufgenommen. Aber du hast doch vorhin gerade aufgenommen, oder nicht? Ja, ja, aber es waren ja noch 10 Sekunden. Ja, kannst doch trotzdem davor oder danach schneiden, oder keine Ahnung. Als Outtake danach. Also ich hab da vorhin einmal so ein Fenster rausgenommen. Nett von dir. Ja, ja, dankeschön. Weil ich wollte den Oreo-Wolf-Taschen. Ja, dankeschön. Lisa, du darfst sowas nicht auf YouTube sagen. Okay, tut mir leid, ich bin jetzt nass. Alter, was sind das für Kopfhörer, Alter? Michi, ich ess jetzt mal ne Runde Eis und werd dir einfach mal so zugucken. Alter, was? Ich esse, ich esse wunderbares... So ein Eis, Alter. Guck mal. Oh, ja, oh, 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 oh. Nimmst du gerade auch noch? Ja. In. Die Zahl leuchtet rot. Und dann, guck mal, wenn du hier guckst, dann siehst du, dass ich hier aufnehme, guck. Alter, sind das behinderte Kopfhörer. Jetzt mal ganz ehrlich. Michi, soll ich dir helfen? Nö, nö. Habe ich noch nicht gemacht. Du hast ja noch was von derin gesagt. Alter, ey. Oh, Michi hat ja ein schönes Zimmer. Oh, das sieht voll cool aus. Hä? Warum? Aber wie kannst du mein Zimmer sehen? Na, wenn ich im Haus bin? Achso. Hast du mal einen Glowstone-Staub? Ich hab sogar ganz viele. Oder du gehst im Keller. Da ist auch noch ganz viel. Wollen wir tauschen? Wie willst du tauschen? Wird so hoch. Warum? Wollen wir das nicht so schnell? Creeper! Creeper! Nein! Ich schraube, ey. Ich bin so schnell gefahren. Nooo. Was denn? Du bist doch nicht gestorben. Nein! Nein, unser Schafel! Alter! Irgendwie sind die Kopfhörer richtig schlecht, oder? Nein, Schafel! Mach den Zaun zu! Ja, ich hab keinen Zaun mehr. Bleib da stehen, ich holzaun. Ey, du! Oah! Ey, die ganzen Schafauhen ja ab! Dann rutscht der Kopfhörer mal zu aus den Ohren, Alter. Oh, die Dreck... Dreck... Hässe... Dreck... Schafe, ey. Aua! Deine Ohren sind nicht so gut. Hahahaha! Hahaha! Oh! Mal! Aiiiiih! Ahhhh! Ahhhh! Ich hasse Creeper! Ahhhh! Ahhhh! Ich hasse allgemein Menschen, da ich Menschenhasser bin! Aaaahhh! was ist so laut michi der ist voll leise was so gut wieso ist erlaubst du dumm alter da war ein samsung ja von meiner schweißer schweißer stirbst schwein wie das gehört wird sterben doch hast du das gelauten deutlich gesagt stirbst schwein schau mal lisa das ist unser haus lisa das hier ist mein zimmer wundervoll ja warum dieser musste sprachnachricht tätigen ja fragst du einfach ein paar wochen auf youtube ja was warum war ein schrank fehler genau ein blog wo ist das neue holz was ich geholt habe was du geholt hast was wir geholt haben ich soll dir von dieser sagen du stinkst hey das will ich nicht gesagt ach nee nee warum ist das nicht ja du magst cool ach mama nicht so fest ins gesicht ach man du bist von oben bis unten vollkommen behindert michael ja voll cool ne und so halt und so naja halt und so ich hab hier noch zwei zäune die werde ich jetzt hier wieder platzieren das ist cool bloß einer fehlt uns noch ich habe holz und ganz viel wolle von deinem arm hör weg mach wie soll ich meinen arm da weg nehmen soll ich meine maus mit meiner luft bewegen oder was ja jetzt höre ich nichts mehr ja der musste den kopfhörer wieder in dein dickes ohr stecken an das ohr an das ohr man oh michi hör auf damit aua 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 wie er direkt seinen Schwert zuckt wann soll ich jetzt spielen ja du kannst spielen wenn die aufnahme zu ende ist michi wann ist die aufnahme zu ende warte 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 2 min 35 noch lisa 2 min ach du hast ja auch kopfhörer hä woher bist du denn da weil er eine uhr sich gestellt hat du barbo und wir machen immer 15 minuten ach so und das kommt jetzt auch auf youtube was ihr alles zu reden ne das posten wir auf twitter und weil ihr hier so rumlauft und ein bisschen labert und das hier alles gebaut haben bis jetzt ja aber vielleicht wollt ihr das so vorstellen nein wir bauen das ist ein let's play was heißt let's play auf deutsch ja und wieso wollt ihr das auf youtube hochladen hä weil wir hobbylose kinder sind die am tag nichts zu tun haben und deswegen youtube videos machen ich mag mal ganz kurz was feststellen wollen ein hobby habe ich ne mobil fahren das stimmt aber das ist auch das einzige mehr habe ich auch nicht ah mein kabel ähm kann man mal bitte sagen was ein baumstamm in unserem portal macht ein baumstamm komm mal her man kann durch das portal durchgucken weil das eine versucht hat abzubauen siehst du das siehst du das auch siehst du das auch äh lol irgendwie ist das jetzt ein totaler bug warum na da ist jetzt so ein keine ahnung da ist jetzt als wenn das abgebaut wird aber irgendwie aber auch nicht schön ja leute hä lol uuuh aua was ist wenn man da runter geht ja hier unser altbekannte mach mal mine geh mal runter warum da ist nichts außer Höhle ja trotzdem ich bin erster und 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 eh nicht aua ganz toll uuuh aaaaaaah oh die folge ist zu Ende gut ey komm hoch ja ich bin schon oben nein komm hoch ach komm Max ey das du siehst das auch nur wieder alles unnötig in der Länge Höhle Höhle Toi ich habe hier dann noch ein Stein abgebaut Aah cool Gehirne Ja, Mann. Juhu. Ja. Berenden wir die Folge mit dem Special-Gast eigentlich nur genervt haben? Komm, mach her. Okay. Komm, ich stehe nicht rein. Und sterben. Wollen wir sterben? Kann man da oben eigentlich Luft holen? Ich glaube nicht, oder? Nein, kann man nicht. Okay, komm. Wo bist du? Wo war das denn? Weg? Oh, das ist mir schon lange schlecht. Achso, okay, ja. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Ey, ey, ey. Ja, 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 ja. Juhu, was geht? Was denn? Okay, okay, okay. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, ihr... Ja, ja, das ist mein Zimmer. Oh, bei diesen schönen Bildern sage ich Tschüss.